Das Pedelec Hercules Futura Compact R8 20 Zoll ist eine interessante Option, wenn man ein kleines E-Bike mit guter Ausstattung, viel Komfort und unkomplizierten Fahreigenschaften sucht. So bietet das Futura Compact 8 dank der tief ausgeschnittenen Rahmenform bequemes Ein- und Aufsteigen und eine alltagstauglich aufrechte Sitzposition. Dazu trägt auch der höhenverstellbare Vorbau bei. Das Futura Compact lässt sich nicht wie die Robfold-Modelle falten, aber man kann den Lenker zur Seite klappen und das Rad somit auf engem Raum unterbringen. Klapppedale auf beiden Seiten halten das Futura ebenfalls schlank. Der Bosch Active Line Plus Antrieb ist die ideale Motorisierung für Fahrräder dieser Klasse und kommt auch hier zum Einsatz. Es gibt genug Power und der Motor ist sehr leise. Mit dem 500 Watt Stunden Akku sollten in der Praxis sehr gute Reichweiten möglich sein. Wie bei Bosch üblich kann das Battery Pack am Bike oder extern aufgeladen werden. Passend zur Charakteristik eines Kompaktrades ist das kleine Bosch Purion Display montiert. Es braucht wenig Platz und ist praktisch positioniert. Geschaltet wird über die bewährte Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung ebenfalls eine gute Wahl für unkomplizierte Alltagsfortbewegung. Die hydraulische Felgenbremse Magura HS22 soll für brauchbare Verzögerung sorgen. Außerdem ist eine Rücktrittbremse vorhanden. Die Schwalbe Big Apple Reifen sind einerseits besonders pannensicher und tragen andererseits zu Fahrverhalten und Fahrkomfort bei. Denn eine spezielle Federung gibt es weder vorne, hinten noch in der Sattelstütze. Bemerkenswert sind weiters die 40-Lux-LED-Beleuchtung. Der praktische Gepäckträger mit jeweils zwei seitlichen, auf verschiedenen Ebenen angebrachten Halterungsrohren, Federklappe und einer integrierten Fahrradpumpe, sowie der solid wirkende Hinterbauständer. Bei ersten kurzen Testrunden gefiel das Hercules Futura Compact R8 20 Zoll durch das wendige Fahrverhalten, die bequeme Sitzposition und die kräftige Leistung des leisen Bosch Active Line Plus Motors. Zum Preis von 2799 Euro bekommt man hier ein äußerst kompaktes 25 kmh Pedelec, das sehr gut ausgestattet ist und bestens für jegliche Art der Alltagsfortbewegung geeignet ist und dank 20 Zoll Bereifung, Klapplenker und Klapppedalen sehr leicht zu verstauen ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017